Schlacke bezeichnet in der Metallurgie einen glasig- oder kristallin-erstarrten Schmelzrückstand nicht-metallischer Art. Es handelt sich dabei um ein Stoffgemisch, das sich aus basischen und sauren Oxiden zusammensetzt. Es entsteht bei der Gewinnung von Metallen in der Erzverhütung und weist massive bis poröse Eigenschaften auf. Die Bezeichnung Schlacke hat sich zu Beginn der Erzverhütung entwickelt, da in dieser Zeit die nicht-metallischen Rückstände durch Schlagen vom Metall getrennt wurden. Schlacke wird, wenn sie nicht auf eine Deponie gebracht wird, als Sekundärrohstoff überwiegend im Bauwesen als Zusatzstoff für Zement oder als Gesteinskörnung für Tragschichten verwendet. Entstehung Schlacken entstehen bei fast allen metallurgischen Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen. Bei der Verhütung bildet sich infolge ihrer geringeren Dichte eine homogene Schlackenschicht auf dem Metallbad. Die Schlacke wird im Schmelzfluss vom Metall abgetrennt und anschließend in flüssigem Zustand zum Abkühlen in sogenannte Beete abgegossen. Von dort gelangt sie in die Aufbereitungsanlage, wo dann das Brechen und Sieben der Schlacke gemäß dem späteren Verwendungszweck erfolgt. Arten Die Produktmetalle der Hüttenprozesse sind in der Schlacke nur noch in geringem Umfang enthalten. Es wird zwischen folgenden Arten unterschieden. Hochofenschlacke entsteht aus den Zuschlägen der Herstellung von Roheisen im Hochofen. Stahlwerksschlacke oder Konverterschlacke aus den Zuschlägen der Herstellung von Stahl aus Roheisen stammt aus dem Stahlwerk. Elektroofenschlacke aus den Zuschlägen der Verhütung von Stahlschrott entsteht im Elektrolichtbogenofen. Edelstahlschlacke stammen aus den Zuschlägen der Veredelung von Stahllegierungen zu Edelstahl. Metallhütten-Schlacke umfasst Schlacken aus den Zuschlägen der Verhütung von Kupfer, Schinkblei und Chromets mit Eisen als Austauschmetall. Verwendung Homogene Schlacken, die in größeren Mengen anfallen, dienen als Sekundärrohstoff aus dem verschiedene Produkte hergestellt werden können. Dies bietet sich an, da die Deponieflächen begrenzt und kostenintensiv sind und natürliche Ressourcen geschund werden. So dient beispielsweise granulierte Hochofenschlacke feingemahlen als Komponente verschiedener Zimmensorten. Des Weiteren wird Schlacke zur Herstellung von mineralischen Düngemitteln verwendet. Im Straßen- und Wegebau kann granulierte Schlacke, wie etwa Schlackenschotter, Schlackenbrech, Sand, Schlackensplitt und Baggerschlacke, bestehend aus unsortierter Eisenhütten- oder Metallhütten-Schlacke, als Gesteinskörnung in ungebundenen Tragschichten eingebaut werden. Im Pflasterbau lassen sich sogenannte Schlackensteine mit festen Steinformaten verwenden. Mit einer Dichte von bis ist massive Schlacke mindestens so schwer wie Granit. Schlacke, die beim Erstarren Luft eingeschlossen hat, ist jedoch wesentlich leichter. Bei älteren Häusern, die in der Nähe von Gusswerken gebaut wurden, kam Schlacke oft als Dämmaterial zum Einsatz. Bei Renovierungsarbeiten kann diese in vielen Regionen als Bauschutt entsorgt werden. In der Industrie wird Schlacke auch als Eisensilikatgestein oder Eisensilikat bezeichnet und als Strahlmittel in der Strahltechnik verwendet. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden in den heutigen Landkreisen Traunstein und Bechtesgadener Landhäuser aus Schlackensteinen erbaut. Da diese durch die enthaltenen Lufteinschlüsse eine ähnlich gute Wärmedämmung aufweisen wie die heute verwendeten Bauziegel und zudem sehr dekorativ wirken. Diese stammten aus dem Mitte des 20. Jahrhunderts stillgelegten Eisenerzbergwerk in Achtal bei Nukirchen und der Maximilianshütte in Bergen. Neben vielen Bauernhäusern existieren heute noch größere Gebäude aus Schlackenstein, wie zum Beispiel der Bahnhof Bergen OBB. An der Eisenbahnstrecke München, Salzburg oder die 1912 stillgelegte Saline in Traunstein. Punkt, 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 Hoh- und LD-Schlacken Im Stahlwerksprozess eines integrierten Hüttenwerkes fallen Hochofenschlacke und Stahlwerksschlacke an. Stahlwerksschlacken werden auch als LD-Schlacken bezeichnet, da sie aus der Schmelze des Linz-Donawitz-Stahlherstellungsprozesses gewonnen werden. Während die Schlacken aus den Hochofenprozessen heute zum großen Teil zu Hüttensand granuliert werden, werden LD-Schlacken zu diversen Produkten weiterverarbeitet. Je nach Kalkgehalt der LD-Schlacken sind diese als Straßenbaustoffe geeignet oder können zu Düngern verarbeitet werden. Im Herbst 2012 präsentierte der Österreichische Umweltdachverband jedoch eine Studie, die der Schlacke eine Gesundheitsgefährdung nahelegt. Wird diese Studie anerkannt, darf Schlacke nicht mehr weiterverarbeitet werden und wird deponiepflichtig. In der Folge wurde von Greenpeace Österreich und ASFINAG beim Umweltbundesamt eine Analyse in Auftrag gegeben, die völlig unbedenkliche Werte, die lediglich einen Bruchteil der geltenden Grenzwerte betragen, ergab Bezeichnung. Verbackene Schlacke mit Eisenresten wird auch als Beeren bezeichnet. Eine wichtige Kenngröße bei metallurgischen Schlacken ist die sogenannte Basizität. Demnach kann man die Schlacken in saure oder basische Schlacken einteilen. Umweltschutz Schlacken enthalten Schwermetalle in unterschiedlichen Konzentrationen. Das Umweltverhalten von Schlacken muss daher vor einer Weiterverwendung als unbedenklich eingestuft werden und wird zu diesem Zweck mit Hilfe von Eloartests auf seine Auslaugbarkeit hin untersucht. Insbesondere bei der Lagerung auf der Deponie oder der Verwendung im Bauwesen, beispielsweise im Straßenbau, hat sich gezeigt, dass das Langzeitverhalten unter den Realbedingungen der Atmosphäre, mit den gängigen Eloartests nach dem Regelwert der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall nicht hinreichend beurteilt werden kann. Auf Schlackdeponien kommt es häufig zu erheblichen Erhitzungen durch chemische Reaktionen und im Straßenunterbau zu Auslaugungen durch Korrosion. Und andere Verwitterungserscheinungen, die zur Schadstoffbelastung des Grundwassers führen können. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Schlacke als Baustoff in Trinkwasserschutzzone nie und zwei nicht zulässig. Normen und Standards DIN 4301 Eisenhütten-Schlacke und Metallhütten-Schlacke im Bauwesen Merkblatt über die Verwendung von Eisenhütten-Schlacken im Straßenbau Merkblatt über die Verwendung von Metallhütten-Schlacken im Straßenbau Merkblatt über die Verwendung von Hütten-Sand in Frostschutz- und Schotter-Tragschichten Merkblatt über die Verwendung von Hütten-Mineralstoffgemischen, sekundär-metalurgischen Schlacken sowie Edelstahlschlacken im Straßenbau Merkblatt über die Verwendung von Hütten-Schlacken im Straßenbau Merkblatt über die Verwendung von Hütten-Schlacken im Straßenbau